Njamasana, eine Einbeinstellung, eine Gleichgewichtstellung. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Samastiti, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier beuge das rechte Knie und fasse mit der linken Hand ans Fußgelenk. Halte dabei das rechte Knie neben dem linken und gib die rechte Hand von vorne auf den Oberschenkel. Schaue dabei beständig nach vorne und oder schließe die Augen. Njamasana wird manchmal auch genannt, die Stellung der Geduld, die Stellung der Selbstbeherrschung. Njamasana ist auch ein Asana, das du länger halten kannst, um Konzentration und innere Ruhe zu kultivieren. Untertitelung des ZDF, 2020